Ja, hallo und herzlich willkommen, Freunde und Freundinnen des Imperiums. Mein Name ist Chris Sonnen, dies ist ein neuer Vlog-Eintrag für meinen Vlog rund um das Spiel. Forge of Empires und diejenigen, die gut zählen können, haben sich nicht verguckt. Der Vlog 80, der wird noch nachgetragen, weil aber bei mir die runden Vlogs immer ein wenig linksmäßig sind. Also eine Vor- und Rückschau möchte ich das jetzt hier nicht durchbrechen. Aber das Forge Bowl Event hat einen ja doch ein bisschen überrascht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich war es zumindest so, dass, joa, es kam ein wenig, ups, schon war ich da in nicht mal mehr zwei Tagen. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass es am 19. startet, heute ist der 14.1. Also insofern startet es heute und es startet in weniger als einer Minute das Forge Bowl Event. Wir werden uns das heute anschauen, ein bisschen intensiver uns auch mit den Preisen beschäftigen etc. Ich habe da ein bisschen was für euch vorbereitet für das Event. Wir werden uns die Tagespreise angucken. Ich werde mal gucken, wie das Ganze läuft. Für diejenigen, die das Event aus dem letzten Jahr kennen, es hat sich, soweit ich das gesehen habe, nichts verändert. Und die Preise haben sich natürlich verändert, Quests haben sich ein bisschen verändert. Aber das Event selbst ist ungefähr das gleiche geblieben. Und insofern kann ich eigentlich auf mein Video vom letzten Jahr verweisen. Nein, natürlich nicht, aber wir machen natürlich ein neues Video und schauen uns das Ganze an, wie das Forge Bowl Event läuft, wie es gestaltet ist, wie der Aufbau funktioniert. Ich habe jetzt natürlich am Anfang noch nicht so viele Bälle, genau wie ihr, die ersten 200. Wir gucken uns dann gleich mal schon die Quests rein an und dann legen wir los. So, da ist es auch schon gestartet. Tada, hier ist das Event erschienen. Man sammelt natürlich täglich 100 Forge-Bälle ein, sammelt 880.000 Münzen. Wo kriegt man die jetzt so schnell her? Vor Schreck. Ja, das sind schon mal keine 880.000 Münzen. Ja, ist jetzt nicht so wild. Was willst du denn? Ach so, ja, das mache ich dann gleich. Die müssen jetzt mal kurz damit leben, dass ich sie nicht einsammeln kann. Da gehe ich mal zurück zur Stadt. Da ist jetzt das Event dann doch mal kurzzeitig wichtiger. Okay, falls ihr selbst euch immer fragt, wie kann ich denn diese 880.000 Münzen relativ geschmeidig sammeln? Das geht ganz gut mit solchen Sachen, wenn ihr die einfach aufbaut und die dann wieder verkauft. 328.000, auch gut ist, wenn ihr reine Münzen sammeln müsst. Könnt ihr auch hier mal gucken. Die brauchen meist sehr viele Vorräte. Die hier brauchen wiederum Münzen. Da sehen wir 612.000 Münzen. Also die haben meist eine Münzlast, also die Vorratsproduktion. Und dann kann man auch die verkaufen. Schneller geht es meist mit den Kulturgebäuden. Aber ich mache es jetzt mal damit fertig, hoffentlich. So, und ich glaube, einen brauchen wir noch. Und dann haben wir auch schon den Kram erledigt. Also, so gehe ich übrigens auch in meinen Nebenstätten vor, wenn ich es da mal ein bisschen beschleunigen möchte. Ja, also ihr seht schon, das Event ist jetzt am Anfang kein großes Hexenwerk. Ich habe mich gerade vorhin ein bisschen geärgert. 18 Forge-Punkte soll man ausgeben. Tja, dafür habe ich die 25 vorbereitet. Das hängt hier auch immer ein bisschen ab, manche von den Sachen. Natürlich, in welchem Zeitalter ihr euch befindet. Alles klar, so zwei Dekos deines Zeitalters errichten oder ein paar des vorhergehenden. Also drei, da gehen wir mal in die Deko-Reihe. Wir machen eins, zwei. Ja, das ist immer ein bisschen aufbauen, abreißen. So seht ihr mal, wie ich jetzt die ersten Quests erledige. Diese sehr kleine Armee besiegen oder die Verhandlungen entsprechend machen. Ja, machen wir schnell Autokampf. So wild ist das jetzt nicht. Quest Nummer neun ist, glaube ich, interessant. Da kann man dann 40 Brom oder 52 Superleiter, also Güter des aktuellen oder des vorhergehenden Zeitalters. Und da haben wir auch schon die ersten Quests abgeschlossen. Drei Einheiten deines Zeitalters rekrutieren, fünf Forge-Punkte kaufen oder vier des vorhergehenden Zeitalters. Und da empfehle ich euch für diejenigen, die jetzt einheitstechnisch nicht so ganz so cool drauf sind. Also wenn ihr jetzt hier sagt, oh mein Gott, wo kriege ich jetzt die Einheiten her, dann entweder könnt ihr in der Gildenexpedition, die ich leider Gottes schon abgeschlossen habe, gibt es immer hier an den Stellen, nicht in der vierten, aber bei den anderen, gibt es immer Einheiten. Die werden zum Beispiel gerechnet oder aber, ihr macht es nicht so wie ich heute Morgen ganz verträumt, ihr sammelt euer Alcatraz ein. Also auch das ist natürlich möglich. Das ist bei mir erst in zehn Stunden wieder möglich. Ihr könnt natürlich auch klassisch Einheiten produzieren oder aber ihr versucht es dann einfach hier rüber, also über die Gildengefechte, wenn ihr das, denn hier bekommt man ja auch Einheiten. Ja, jetzt bekomme ich natürlich keine Einheiten. Hier rüber kann man auch die Sachen natürlich machen. Also ich hoffe jetzt einfach mal, also es kann jetzt auch sein, dass das jetzt schief geht. Ja, natürlich kriege ich alles, außer Einheiten. Ihr könnt jetzt natürlich auch ein bisschen vorscrollen, bis ich das jetzt hier, ich werde, so ich mache jetzt noch einen und wenn ich da jetzt keine fünf Einheiten kriege, dann wahrscheinlich kriege ich fünf Agenten. Soll er, ja, oder zehn Fortschpunkte die ganze Zeit. Einen machen wir noch, einen machen wir noch. So, ja, 500 Güter, Ehrenstatue, Auswahlkit, alles kommt, einen haben wir noch. Also das muss doch jetzt mal klappen hier. Wenn nicht, ist jetzt auch nicht so schlimm, dann mache ich den Rest nachher auf, keinem natürlich weiter. Also, ja, ihr seht, auch hier rüber nebenher kann man das Ganze erledigen. Jetzt kann ich natürlich gerade, ja, fünf Fortschpunkte habe ich gekauft. Also auch darüber kann man das Ganze erledigen. Okay, ihr seht, die Quests sind kein Hexenwerk und für die, auf die Quest gehen wir gleich nochmal ein. Da zeige ich euch, den Link habe ich dann in der Beschreibung, wo man sich einen guten Questüberblick verschaffen kann und ein bisschen auch schon planen kann. Gehen wir mal in das Event rein. Also ihr seht, ich habe jetzt schon 800 Bälle bekommen. Das Event ist ein klassisches Event von FOE. Ich mag ja diese klassischen Events, die sind nämlich nicht so stressig. Ihr habt einen Tagespreis. Heute immer, also am ersten Tag ist es immer Standard oder immer, ist jetzt auch nicht. Seit einiger Zeit hat es sich ein bisschen eingebürgert, ein Auswahlkit für das Gebäude des letzten Jahres. Das war letztes Jahr der Olympische Tresor als Hauptpreis. Dieses Jahr gibt es das Terracotta-Vignette und ihr habt hier eure Bälleanzeige. Ihr könnt auch Bälle für Diamanten kaufen. Ihr habt hier eine Liga, die sozusagen eure Umrundungen zählt, also wie viele Umrundungen ihr gemacht habt. Auch das ist, glaube ich, nicht schlecht. Die Voraussetzung basiert, wir spielen vielleicht dann, wir wollen Yards. Achso, wir wollen. Okay, vielleicht doch Yards. Ja, ihr könnt hier am Anfang die Spieler euch aussuchen. Es gibt immer drei Spieler. Also hier diese Liga. Da gibt es dann noch Ligenpreise. Man kann dazu sagen, mit einem sportlichen Ehrgeiz, also wenn ihr das Event aktiv durchspielt, schafft man es wenigstens in die Bronze. Oftmals aber auch, wenn ihr alles richtig macht, in die Silberliga. Dieses Mal in die Silberliga zu kommen, muss ich gleich dazu sagen, da müsst ihr ein paar Diamanten investieren. Denn es lohnt sich aber, wie ihr seht, ihr kriegt hier ein Schildwacht, ihr kriegt hier natürlich dann noch komisch das Bild und zwei Auswahlkits. Und dieses Mal lohnt es sich aber, denn ihr habt hier solche Trainer. Und das ist eigentlich das Interessante bei diesem Event, dass man Trainer hat und damit zu den normalen Events noch einen Boost bekommt. Das ist insofern nicht schlecht, als man hat standardmäßig den Standardtrainer ein, bietet eine Chance von drei Prozent, die Belohnung jedes Spielzugs zu verdoppeln. Den hat man sozusagen standardmäßig drin. Der ist gut, wenn ihr auf, also der ist eigentlich für gar nichts gut, ist aber standardmäßig drin. Dann gibt es den Fortschritt-Trainer, gewählt ein extra Yard für jedes Spiel. Wenn ihr also hier in der Strecke vorankommen wollt, Spezialtrainer erhöht die Chance auf den Preis des Tages um fünf Prozent. Wenn ihr also Tagespreise wollt, würde ich euch lieber zu diesem raten. Und dann gibt es den Ligatrainer verdoppelt durch die durch den Zug erhaltenen Ligapunkte. Also dann doch wahrscheinlich die Yards, falls ihr in der Liga vorankommen wollt. Und jetzt seht ihr schon, ich würde euch aber von diesem auch abraten. Also wenn ihr keine Diamanten einsetzen wollt, würde ich euch zu einem von den beiden raten. Ein extra Yard, wenn ihr lieber das Hauptgebäude haben wollt oder fünf Prozent Tagespreisverdoppelung, wenn ihr mehr auf den Preis des Tages schielt. Also da, oder fünf Prozent zusätzlich, nicht Verdoppelung. Verdoppelung ist für mich dann noch was anderes. Aber fünf Prozent mehr, wenn ihr auf den Tagespreis schielt. Also wenn ihr auf das Hauptgebäude zielt wollt, dann lieber den. Wenn ihr auf den Tagespreis zielen wollt, lieber den. Den und den würde ich euch weglassen. Hier drei Prozent, muss ich sagen. Gewinnverdoppelung heißt ja nicht automatisch, dann wird meist wird ein Gewinn verdoppelt, den man nicht haben will. Also Medaillen oder Vorräte oder Münzen oder also genau das, was man nicht haben will. Und das auch nur zu drei Prozent. Viele Spieler werden diesmal den Trainer, der Trainer sozusagen einsetzen. Und der kostet 150 Diamanten. Und der hat sozusagen alle diese Boni in einem. Also er macht sozusagen die drei Prozent, den Extra Yard, die fünf Prozent Tagespreis und die Verdoppelung durch den Zug erhaltenen Liga-Punkte. Wenn ihr einen Trainer auswählt, dazu gehe ich mal ganz kurz in eine Nachbarstadt. Das will ich nämlich jetzt nicht hier machen. Also Nachbarstadt, eine meiner Nebenwelten, einfach irgendeine. Das ist übrigens das neue Gebäude. Das gucken wir uns auch noch an. Das heißt dort Terracotta-Vignade. Ich bin jetzt mal gespannt, wie sie es auf Deutsch übersetzt haben. Das stellt nicht Terracotta-Weingut. Ich will euch nur kurz zeigen, wenn ihr hier den Trainer wählt, dann bleibt er für 24 Stunden aktiv. Wenn ihr jetzt einen anderen wählt und ihr denkt dann so, ach nee, ich wollte doch lieber wieder zu dem zurück, seht ihr, dann müsstet ihr Diamanten ausgeben. Weshalb ihr euch bei der Wahl des Trainers, ihr könnt immer zu dem Standardtrainer zurück, ja. Aber ihr seht, wenn ich das jetzt nochmal mache, ja, dann müsstet ihr bei dem Trainer sozusagen für die nächsten 24 Stunden, so mehr oder weniger, den anderen, also 50 Diamanten ausgeben. Was ja wieder blöd ist, weil dann kann man gleich den da holen, wenn man Diamanten ausgibt. Ja, also zum Standardtrainer könnt ihr immer zurück, aber der ist halt, naja, suboptimal. Solltet ihr euch also verklickt haben, ist das zwar nicht so schlimm mit dem Verklicken, aber, ähm, für die nächsten 24 Stunden, aber es geht dann eben nur einer der normalen Trainer. Ich meine, wenn ihr euch hier verklickt habt, äh, aus Versehen auf die 150 Diamanten, dann wäre das, glaube ich, an der Stelle auch nicht so schlimm. So, sagen wir mal gleich die 100 Footbälle ein. Ähm. Ja, das vielleicht hier zu den Trainern. Ähm. Kleinen Moment, jetzt laden wir mal. Ähm, das Spielfeld hat insgesamt 80 Yards und die verschiedenen Spieler haben, ja, danke, ähm, seht ihr, das Event will, dass ich es auch spiele, die verschiedenen Spieler haben einen gewissen Vorlauf, also beziehungsweise eine gewisse Yardlänge, also eine gewisse Distanz, die sie überwinden. Es kommt dann hier eine Animation. Der geringste Spieler, das sind diese hier, äh, Scott Middle Davis, so mehr oder weniger, hat vier Felder. Der hier dürfte fünf Felder haben und dieser hat halt sieben Felder. Jetzt denkt man, okay, dann nehme ich den für sieben Felder, ist doch besser als der für vier. Aber wenn ihr mal rechnet, ne, einer für vier ist ja besser, äh, zweimal den, ist ja, seid ihr bei 96 Bällen und habt dann acht Felder zugesetzlich genommen. Ähm, und anstelle diesem hier, ja, so mehr oder weniger, dann habt ihr acht Felder zusätzlich. Und ihr denkt dann so, wow, geil, da habe ich doch dann acht, äh, also ihr habt dann einen mehr als bei den Goldspielern. Weshalb ich euch immer raten würde, kleine Faustregel, äh, nimmt einfach immer den, in Anführungsstrichen, schlechtesten Spieler oder, sagen wir es so, den langsamsten Spieler. Dadurch könnt ihr mehr Züge machen und auch gut ist, ja, er hat jetzt hier eine 5% Chance. Und wenn ihr jetzt den Trainer, der noch 5% draufrechnet, deshalb habe ich vorhin Verdoppelung gesagt, dann hat er eine 10% Chance auf den Tagespreis. Bei diesem hier, der hat 12, dann hat er halt 17, ja, und wenn man jetzt wieder rechnet, das sind dann zweimal 10. Ich weiß, Bernoulli würde mich jetzt hauen, wären also um eine 20% und der hat halt 17%. Das stimmt jetzt hier nicht so ganz mit den 20%, aber ihr wisst, was ich meine, ähm, so mehr oder weniger. Ist es halt besser, wenn man immer den kleinsten Spieler nimmt, auch bei der Yard-Erhöhung, der hat dann halt 8 und die haben halt, wenn ihr dann mit der Yard-Erhöhung nehmt, die haben dann halt 5 und dann sind wir hier wieder bei 10, ja. Also, es lohnt sich immer, durch den Trainer lohnt es sich immer, den schlechtesten, den langsamsten Spieler auszuwählen. Es gibt ein paar Sachen, ähm, da ist es dann nicht ganz so. Dazu gehen wir mal ganz kurz, äh, hierhin, ins englische Wiki-Fandom, das da auch einen guten Überblick gewährt. Hier sieht man auch, äh, nochmal, ne, ihr bekommt ein Quest 5, das Terracotta-Vignor, das haben wir gerade gekriegt, und plus zwei Teile, da kommen wir dann nachher nochmal dazu. Hier 150 Bälle, da 200 Bälle, äh, hier wird euch das Spiel gezeigt. Genau, am Ende, seht ihr, wenn ihr hier am Ende ankommt, seht ihr dann hier den Touchdown, was dann so mehr oder weniger passieren wird. Ihr seht das nochmal, die Goldspieler haben 7, die Silberspieler, das sind die mit dem blauen Hintergrund, haben 6, die Bronze, das sind die mit dem, äh, ja, grauen, äh, bräunlichen Hintergrund, warum auch immer, 5, und die anderen mit 4, ja, das sind so mehr oder weniger da nochmal die Geschichten, die ihr seht. Und, ne, wie viele Diamanten ihr für Fußballer ausgibt, und hier ist nochmal aufgelistet, dass ihr im gesamten Spiel 8.900 Fußballer regulär bekommt. Ihr könnt natürlich auch noch aus den Inzidenzien, also diesen, äh, diesen Ereignissen, die ringsherum um die Stadt passieren, auch noch zusätzliche Fußbälle bekommen. Die rechne ich jetzt mal nicht ein. Normalerweise kann man so sagen, wenn man da aktiv beim Einsammeln ist, vielleicht so 20 am Tag oder so, könnt ihr nochmal zusätzlich draufrechnen. Naja, dann kommt hier die Questline, die gucken wir uns dann auch gleich nochmal an. Und schön im englischen Wiki, also ihr seht hier, ähm, bei Quest 36 gibt es eine, äh, Event-Surprise-Box, die sich erst öffnet, wenn ihr, ähm, äh, das St. Patrick's Day Event spielt. Aber, so wie ich das von Circuit gehört hab, ist es hier dann so, dass, äh, da wohl ein Kit für das St. Patrick's Day Gebäude drin ist. Also lohnt sich vielleicht für diejenigen, äh, das Ganze mitzunehmen. Ähm, ähm, ja, hier seht ihr nochmal, ne, die Goldspieler, hier auch, was die so drin haben. Meist guckt man sich ja nur an den Tagespreis, die Tagespreisgruppe, die Silberspieler, hier die, und die anderen Spieler, so. Das ist immer ein bisschen diskriminierend, äh, für die drei. Äh, wobei Anthony, äh, Paris, Resources Paris, ähm, ähm, der mit Abstand günstiger Spieler ist. Und, ähm, ähm, könnt ihr euch, ähm, könnt ihr euch sozusagen das Ganze anschauen, wie das gestaltet ist. Also, äh, auf der Rap-Page, das dann so ganz sortieren. Worum das jetzt hier nicht geht, weiß ich nicht. Ihr seht aber, hier bei den drei da unten, ja, ja, also DS heißt hier Daily Special, also pro Tagespreis, seht ihr, ne, da sind hier die drei unten extrem gut. Okay, Samuel, Fragment, Camper ist nochmal besser. Äh, das ist der Einzige, der dann, und Greg Special Units ist auch nochmal besser. Wenn ihr euch das merken könnt, könnt ihr die beiden natürlich mit ein, reinbinden. Ansonsten könnt ihr aber über den Daumen gepeilt sagen, die hier unten sind halt, äh, da. Ne, vielleicht gar nicht so schlecht. Ähm, und jetzt habt ihr hier noch, für die Yard-Boosts seht ihr, sind, also für das Voranschreiten, sind die hier unten, wenn sie geboostet sind, die mit Abstand besten. Ungeboostet aber auch. Also, wenn ihr vorankommen wollt, nehmt ein, äh, im, da im Event, nehmt halt immer die günstigsten Spieler. Okay, bevor wir das Ganze jetzt durchspielen, möchte ich also noch ein paar Berechnungen mit euch anstellen, ähm, beziehungsweise dann erst einmal gucken wir uns noch kurz die, äh, das Event, äh, die Questline an. Dabei gehe ich mal bei FOE-Helper, ja, da gibt es hier etwas, also bei FOE-Rechner.de Events Overview könnt ihr euch hier das Forgeball-Event angucken. Und da sind so mehr oder weniger, hier ist das Event-Gebäude auch angezeigt, sind hier alle Quests und ihr könnt sie sogar abhaken. Bei den Quests, äh, ne, da könnt ihr sagen, okay, ich hab jetzt schon die erfüllt, die erfüllt, die erfüllt, die erfüllt, ähm, die erfüllt, Rikotrie, genau, da stehen wir jetzt gerade davor. Dann sammle drei Umgebungsobjekte oder verkaufe zwei Sachen beim Antikhändler. Ich blöderweise heute Morgen verschlafen, wie ich wahr habe, sozusagen meine Antikhändler ausgestellt, also, ne, einsammeln gedrückt, obwohl ich den extra hatte liegen lassen und dachte so, oh, Mist. Aber drei Umgebungsobjekte sollten auch nicht schlimm sein. Spende ein paar Güter in die, äh, in die Kasse sozusagen oder gebe ein paar Forgepunkte aus, erhalte einiges an Münzen, infiltriere Sektoren oder beende einfache Verhandlungen, beende achtmal eine Vier-Stunden-Produktion, das ist also die erste, wo ihr eine Zeitproduktion drin habt. Also, sind das eigentlich hier so die Übungen, was ich jetzt gesehen habe, außer mir ist jetzt eine, ähm, bedächtigen Sachen, also, kein, äh, Bauer 7-Dekos, ne, da könnt ihr auch hier die, ähm, aus der Bronze Zeit bauen, da müsst ihr nicht, also achtet immer ein bisschen drauf, äh, guckt euch dazu vielleicht mein Questline-Video an. Es sind im Grunde genommen, äh, wie ich das hier überblickt habe, die üblichen, äh, Verdächtigen, und, ähm, wenn ihr die ersten 35 erfüllt habt, die könnt ihr jetzt, das sind die Rush-Quest, äh, hört ihr öfter mal, das, die könnt ihr also durchspielen, ab da an Beginn die Tagesaufgaben, und von denen wird jeden Tag eine freigeschaltet. Ist jetzt aber nicht so, wenn ihr die 35 hier erst am Tag 17 erfüllt, so mehr oder weniger, oder am Tag 10, dass hier die anderen Tagesaufgaben rausfliegen, sondern die werden dann sozusagen, da ist nur die Freischaltung. Also wenn ihr irgendwann seht, komme in 24 Stunden wieder, dann habt ihr sozusagen alle Quests erfüllt, plus alle bis dahin freigeschalteten Tagesaufgaben. Also wenn ihr die 35 durch habt, und dann seid ihr bei Quest 38 schon am dritten Tag, dann steht halt da, ihr müsst 24 Stunden warten, beziehungsweise bis 0 Uhr meist, und dann kommen hier die Tagesaufgaben, die dann, bei denen jeden Tag eine weitere freigeschaltet wird. Ihr könnt die auch, leider Gottes, die Questreihe insgesamt auch nicht durcheinander spielen, sondern ihr müsst sie von hinten nach vorn durchziehen. Wow! 21 Minuten geredet. Ich muss mal ganz kurz eine Pause einlegen. Oder wartet mal. Meine Nase lief. Gut. Das sind die Tagesaufgaben. Also die Aufgaben, da finde ich, ist das Tool hier halt einen schönen Überblick, kann man hier auch gut abhaken. Lohnt sich also, und ihr seht, ihr könnt das sogar auf dem Handy machen. Ist also auch dafür ziemlich gut von Vorteil. Okay. Ich möchte jetzt noch ein paar Sachen, bevor wir es spielen, noch zwei Sachen machen. Ich weiß, der eine oder andere wird sagen, ich sehe hier gerade wenig Event. Oh, jetzt komm. Ich hatte gerade, ähm, ja. Ähm. Ich wollte gerade sagen, ich habe es doch gerade geöffnet. Das war es jetzt nicht, der Reiter, den ich geöffnet habe, sondern hier habe ich mal ein bisschen versucht, meine Berechnungen, also das, was sozusagen nicht auf der Wiki-Page steht, noch ein bisschen auszuführen. Und hier kommt jetzt also eine kleine Zahlenfolge. Also, wir hatten gerade gesagt, es gibt 8.900 Bälle aus dem Event. Ein Durchlauf braucht 80 Yards. Ein kleiner Spieler braucht vier, äh, also der kleinste Spieler hat vier Yards. Geboostet sind wir da bei fünf Yards. Und im Durchschnitt sind das 49 Bälle. Normalerweise, äh, ich sage jetzt gleich, warum ich da mit 49 gerechnet habe. Der kleinste produziert ein, ja, ist 41. Ihr werdet aber nicht immer nur diese anderen Spieler erhalten. Ihr werdet auch mal hin und wieder einen Silberspieler erhalten. Deshalb habe ich die 49 hier mal als durchschnittlichen Wert. wenn ihr immer den, den Spieler mit der, den, in Anführungsstrichen, schlechtesten Spieler nehmt, ähm, habe ich dann hier mal einfach den Durchschnittspreis von 49 Bällen genommen, ja, äh, sozusagen pro Öffnung, also pro Spieler, den ihr anklickt. Die normale Chance liegt bei fünf Prozent, geboostet dann entsprechend bei zehn Prozent. Also, das sind jetzt sozusagen meine Annahmen, um ein bisschen berechnen zu können. Von hier an werde ich jetzt weiter nur noch mit dem Diamant, äh, Trainer rechnen. Ich hoffe, ihr, ähm, ihr seht das dann mit dem Diamant-Trainer, ja, also seht es mir nach, sozusagen. Äh, das steht hier. Es wird immer der günstigste Spieler genommen und der Diamant-Coach, äh, alternativ, den, wenn ihr das Event-Gebäude wollt, den mit dem Bonus, ja, das habe ich ja gesagt, oder den Coach mit dem Bonus-Prozenten, wenn ihr an die Tagespreise wollt, ja. Ähm, wie gesagt, ich gehe jetzt erst mal davon aus, dass ihr den Diamant-Coach hier für diese Berechnung, ähm, damit ich nicht, also sonst wären die Berechnungen einfach zu viele. 150 Diamanten kann man hier in dem Spiel durchaus mal an der Stelle äh, produzieren. Ich sage auch gleich noch, warum. Also wenn ihr die geboosteten Yards nehmt, braucht ihr Bälle für einen Durchlauf im Schnitt, ja, von 784 Bällen pro Durchlauf. Also um ein, äh, sozusagen einmal das Feld bis ans Ende zum Touchdown durchzugehen. Benötigt werden insgesamt, äh, 7.000, 8, äh, 7.056, äh, 7.056, äh, Bälle. Das sind nämlich neun Durchläufe. Jetzt werdet ihr sagen, warum neun Durchläufe? Ja, ist jetzt ein bisschen doof. Da habe ich jetzt nicht ganz, äh, sauber mir das Ganze hingeschrieben, weil hier steht es dann daneben. Wenn ihr also den, das Terrakotta-Vignard haben wollt, also das Hauptgebäude, das hat insgesamt acht Teile. Drei bekommt ihr, wie ihr vorhin gesehen habt, aus der Questline, sind noch fünf Teile offen und bei den Umrundungen fängt das immer an, ein Terrakotta-Vignard, also ein Teil fürs Terrakotta, dann ein anderer Preis, ein Terrakotta, ein anderer Preis, ein Terrakotta, ein anderer Preis und dann dort immer im Wechsel. Das fängt also mit dem Terrakotta an, ja, dann nicht, Terrakotta, dann nicht, Terrakotta, dann nicht, Terrakotta, dann nicht und somit braucht ihr insgesamt neun Umrundungen. Das heißt, ja, wenn wir pro Umrundung 784 Bälle rechnen, ja, brauchen wir insgesamt 7.056 Bälle. Ihr seht, 8.900 hatten wir, haben wir noch 1.844 über. Also das Terrakotta-Vignard könnt ihr euch damit definitiv aufstellen, wenn ihr auf die Yards geht. Ihr braucht also, könnt also, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich will jetzt nicht, also das Ding werdet ihr definitiv bekommen, ihr könnt auch auf die Tagespreise gehen und auf den Einjahrt verzichten. Das ist dann nämlich 10% mehr, das sind dann 1.400, nee, 20% mehr, das sind dann 1.400, dann sind wir bei 8.000 noch was. Also wenn ihr immer den geringsten Spieler nehmt und den Coach für die Tagespreise, schafft ihr es auch, die neuen Umrundungen, könnt euch also das Hauptgebäude hinstellen. Ihr müsst also die 150 Diamanten nicht zwingend ausgeben. Wenn wir mit den 10%, äh, 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 wenn, wir haben insgesamt 193 Spielmöglichkeiten, jetzt muss ich mal gucken, durch 46, das ist falsch, äh, hier habe ich jetzt nämlich noch mit 46 gerechnet, ähm, das war meine ursprüngliche Annahme, die habe ich dann noch mal ein bisschen korrigiert, ähm, ähm, könnt ihr etwa ca. 15 Tagespreise erhalten. Ach Mist, wenn man seine Berechnungen nochmal kurz vorher ändert, so, das ist halt nervig. Ihr könnt mit etwa, geboostet könnt ihr mit 15, ungeboostet mit 7 bis 8 Stück rechnen, das sollten eure Tagespreise eben sein, äh, mit denen ihr so ungefähr rechnen könnt. Ja, für eine, für weitere Umrundungen, ja, braucht ihr nochmal, also, falls ihr euch das Gebäude ein zweites Mal hinstellen wollt, braucht ihr insgesamt 14 Umrundungen, ja, und hier gibt es einmal inklusive Rest, und wenn ihr das Ganze in Diamanten bestreiten wollt, ja, sozusagen, also, wenn jetzt noch die 1800 noch was abzieht, müsstet ihr nochmal für ein zweites Eventgebäude, äh, 15.181, weil man die aber nicht so ausgeben kann, also 16.000 Diamanten, etwa ausgeben für ein zweites Gebäude, weil es aber zwei Gebäude-Kids gibt, äh, ne, in der Goldliga, und erwartungsgemäß, wenn ihr 16.000 Diamanten ausgebt, werdet ihr vermutlich auch in der Goldliga landen, ähm, und manche vielleicht darauf spekulieren, zu sagen, ich will nicht alle 16.000, ich will nicht so viele Diamanten ausgeben, habe ich hier nochmal, äh, wenn man den Rest abzieht, sozusagen, dann braucht man nur 10 Umrundungen, eigentlich neun, ähm, und dann muss man ungefähr 10.000 Diamanten investieren, und hier habe ich euch auch nochmal hingeschrieben, also, ne, dementsprechend erhöhen sich die insgesamt Preise, so mehr oder weniger, hier bekämpft ihr 22, äh, die sind jetzt ein bisschen, bevor ich jetzt hier die Preise schlackern, die muss, da muss man nochmal ein bisschen was abziehen, weil ich hier immer mit 46 gerechnet habe, ähm, ja, beziehungsweise, hier habe ich die Versuche immer durch 46 gerechnet, das ist ein bisschen durch, okay, ähm, dann noch, dann noch eine, ja, kommen wir da noch ganz kurz zu einer, äh, Anmerkung für die Diamantstadt-Spieler auf den Beta, die Tagespreise haben gezeigt, dass es dort keinen Wunschboden gibt, und auch keinen Wunschboden-Schrumpf-Kit, ich werde immer wieder gefragt, gibt's das jetzt wirklich nicht, ist ja blöd für uns, ich kann's euch nicht versprechen, also ich will meine Hand jetzt nicht dafür ins Volk legen, dass das nicht kommt, denn auf der Beta in den Tagespreisen, schauen wir uns gleich noch an, gibt es ein, zwei Tagespreise, also gibt's zumindest ein Tagespreis, der theoretisch noch wechseln könnte, ähm, wobei ich das nicht glaube, also ich glaube, der Beta-Tagespreis wird, die werden in anderer Verteilung, aber die Tagespreise werden so kommen, wie sie auf der, also werden schon die, die der Beta sein, das ergibt also Sinn, und deshalb wird es da wahrscheinlich nicht passieren. Wollt ihr für eure Nebenstätte trotzdem noch was aus dem Event mitnehmen? So ist es ja, hab ich ja gesagt, nach den Umrundungen erhaltet ihr ja immer diesen Umrundungspreis, und da ist der vierte Umrundungspreis ein Wunschboden-Schrumpf-Kit. Um dieses Wunschboden-Schrumpf-Kit zu bekommen, müsst ihr halt vier Umrundungen machen, hier hab ich mal mit, also mit den 784 Umrundungen, Sachen gerechnet, Umrundungen braucht ihr insgesamt vier, benötigt werden also 3136 Bälle ungefähr, und wenn ihr jeden Tag die 100 Bälle einsammelt, plus noch den Start, erhaltet ihr daraus 2300 Bälle, 836 braucht ihr also noch, ihr müsst also acht Quests erledigen. Ich würde euch raten, macht noch eins, zwei Quests mehr, also spielt hier nicht auf harte Kante, also da kann ich euch nicht versprechen, dass es genau nach acht Quests aufgeht, macht lieber zehn oder so, also ja, aber ihr könnt in den Nebenstätten, wenn ihr so zehn Quests erledigt, zumindest noch dieses Schrumpf-Kit, Wunschboden-Schrumpf-Kit vielleicht bekommen, auch das ist hier vielleicht als kleine Randnotiz möglich. So, bevor ich jetzt auf dieses Terracotta eingehe, gucken wir uns noch mal ganz kurz die Tagespreise an, also hier sind noch mal diese Umrundungen und da seht ihr es noch mal, ja, Terracotta-Vineyard, Fortschpunkte, Terracotta-Vineyard, hier ist das Wunschboden-Schrumpf-Kit, ihr müsstet 14 Umrundungen schaffen, um da auch noch den Wunschboden zu bekommen, die wird man leidlich mit seinem normalen schon vermutlich nicht schaffen, also könnt ihr davon ausgehen, dass der Wunschboden, dass das Schrumpf-Kit euer einziges lohnenswertes Ziel vielleicht an der Stelle ist, ich weiß es nicht. Okay, das sind sozusagen die Touchdown-Preise und hier seht ihr schon die Daily Specials und hier können wir uns noch mal kurz die Beta-Daily Specials eben anschauen und da seht ihr der Olympische Tresor, das Olive-Groove ist vom Hauptgebäude ein Anschluss-Set, dann gibt es das Schrumpf-Kit für den Dings, das könnt ihr natürlich wechseln, dass es anstatt des Agenten-Versteckschrumpf-Kits einen Wunschbrunnen gibt, das ist somit eines der wenigen Momente, wo ich sagen würde, okay, das wird passieren, Athleten-Unterkunftsquartier, also dieses hier, das ist ein klassisches Forge-Bool-Gebäude, das wird also bleiben, hier ist es wieder eine dieser Anschlüsse des Hauptgebäudes, dann hier den Sentinel-Outpost, also das ist die Schildwacht, der klassische Garten, hier wieder eine der Geschichten und hier seht ihr schon, ihr werdet jetzt sagen, oh Gott, hier gibt es ja diese drei Sachen einzeln, so nach dem Motto, muss ich genau an dem Tag da sein, an dem es meins gibt, macht euch da keinen Stress, es kommt nämlich nochmal das Vineyard Field Selection Kit, also das Felder-Auswahl-Kit, in dem es ein Feld gibt, also da könnt ihr nochmal zwischen allen Feldern wählen, das Ganze kommt sogar zweimal, laut der Geschichte, und hier wird dann zwischendrin kommen, noch das Monument der Helden, worauf ich hinweise, was auch hier typisch ist, ist nochmal der Koloss, mit dem habe ich mich letztes Jahr eingedeckt, und was es auch noch gibt, ist das Siegerplatz-Auswahl-Kit, da habt ihr entweder den Siegerplatz drin, oder den Siegerplatz zusätzlich, die Geschichte, ich gehe jetzt hier nicht auf alle Sachen ein, das wäre jetzt zu viel erklärt, sage ich mal so, ich wollte jetzt eigentlich auf das Gebäude, also das ist sozusagen das Terracotta Vineyard, das hat eine Ausdehnung von 5x3, und es ist ein Kettengebäude, das heißt, ihr könnt hier vorne so viele Felder anschließen, von den vier möglichen, die es gibt, und deren Boost wird sozusagen darauf angelegt, das heißt, eins von denen produziert Güter, dann heißt, wenn ihr den einsammelt, bekommt ihr die Güter, eins produziert Forgepunkte, wenn ihr den einsammelt, bekommt ihr die Forgepunkte, eins hat die Kampfkraft für die angreifende Armee, und eins hat Verteidigungskraft für die angreifende Armee, und ihr könntet hier theoretisch eure ganze Stadt zubauen, ich sage mal so, wenn ihr eure Stadtausdehnung maximal ausdehnen könnt, ihr vielleicht 20 von den Feldern theoretisch heransetzen, so ihr das Ganze wollt, das ist sozusagen dieses Mal der Hauptpreis, den möchte ich mir mit euch noch in den Werten anschauen, das ist also hier jetzt der Fall, ich hoffe, ich überschlage euch nicht, so, da habe ich hier nämlich nochmal die Werte dafür aufgesetzt, die Felder habe ich jetzt nicht mehr mitbildlich, aber damit ihr jetzt hier nicht ganz so gelangweilt seid, habe ich euch das nochmal ein bisschen aufgesetzt, damit wir uns nochmal mit den Werten ein bisschen das anschauen, also Größe 5 mal 3 sind 15 Felder, und es hat 8 Ausbaustufen, es produziert zeitalterabhängig Einwohner, das ist jetzt die Zahl für das, ich habe jetzt hier immer die Zahlen für, also die letzten Zahlen für das Zeitalter Asteroidengürtel genommen, weil ich mich ja selbst da drin befinde, ja, also Einwohner, Zufriedenheit, Gold und Medaillen sind natürlich zeitalterabhängig, es hat noch einen Vorratsboost von 25%, die sollte man vielleicht auch nicht unterschätzen, es produziert 18 Güter und 8 Forgepunkte, die beiden Dinger sind sicher für alle Zeitalter, also da verändert sich nichts, also produziert das Ganze insgesamt Forgepunkte pro Feld, also jetzt, ihr seht, es hat für sich keine Angriffskraft, die das Gebäude bietet, was immer für die meisten Spieler dann so, es ist ein schlechtes Gebäude, weil es produziert ja gar keine Angriffskraft, immer wieder und immer wieder und immer wieder, das, ja, muss man sagen, muss ja nicht jedes Gebäude Angriffs- oder Verteidigungskraft, dafür könnt ihr ja dann theoretisch die Dinger hier ranbauen, wobei ich da gleich noch eingehe, für die Leute ist das Gebäude vielleicht nicht so lohnend, die jetzt sagen, oh, ich brauche unbedingt Angriffskraft. Wenn ja die reinen Forgepunkte pro Feld, das bedeutet bei mir immer, ich rechne die pro 15 Felder, ja, dann sind wir bei 0,53 Forgepunkte pro Feld, die das Gebäude produziert, inklusive Straßen bedeutet bei mir, dass ich bei dem Gebäude noch anderthalb Straßen, also dreimal 0,5, weil das muss ja an eine Straße angeschlossen sein, dazurechne, also 16,5 Felder. Da kommen wir dann sozusagen auf einen Wert von 0,48. Das heißt, ja, hier wird sozusagen noch die Straße mit dazugerechnet, die das Gebäude ja benötigt, um überhaupt produzieren zu können. Da rechne ich immer die kürzere Seite mit dazu, damit man einen realeren Eindruck davon bekommt. Dazu habe ich euch schon mal das erste Mal, wir kommen gleich noch auf die Felder, dazu habe ich euch zunächst einmal die zum Vergleich für diese Werte hier ein paar Gebäude aufgelistet, also den Schrein des Wissens, das Schiff, also das ist übrigens das hier königliche Schiff, den Winterdom, die verlassene Anstalt, das Terrassenfeld und den finsteren Torbogen mal als Vergleich. Also halten wir nochmal fest, Trotzpunkte pro Feld 0,53, ist es besser als der Schrein des Wissens, Stufe 2 ist besser als das Schiff, es ist besser als der Winterdom, besser als die verlassene Anstalt, besser als das Terrassenfeld, besser als der finstere Torbogen. Jetzt ist natürlich die Frage, ist es auch noch besser, wenn wir die Straßen mit dazu rechnen? 0,48 und wie ihr seht, ist es besser als all diese Gebäude. Wenn ihr also eins dieser Gebäuden stehen habt, ich nehme jetzt mal die verlassene Anstalt raus, weil die stellt man sich in der Regel ja nicht dafür hin, dann hat das Gebäude zumindest für alle Fortsprung produzierenden Gebäude, die man so normalerweise standardmäßig in seiner Stadt stehen hat, inklusive des Terrassenfeldes, eine bessere Fortsprung pro Feld ausbringt. Also es ist deshalb nicht so schlecht, weil es insgesamt die 0,5er Grenze übersteigt, und noch mit dem Anschluss ist es eben auch besser. Also muss man halt wirklich sagen, das Gebäude ist dahingehend, also aus Fortsprungssicht wirklich gut. Vielleicht aus Kampfkraftssicht nicht, aber aus Fortsprungssicht gut. Jetzt habe ich euch hier mal noch dazu gebracht, diese ganzen Sachen, weil ich die halt nur auf Englisch hatte. Stehen jetzt hier noch die englischen Bezeichnungen. Ihr wisst dann aber, welches gemeint ist, wenn ihr einfach seht, was die Sachen können. Die Felder haben eine Ausdehnung von 5x2, ja, und sind damit eine, sind sozusagen eine 5x2 Ausdehnung, und dadurch braucht man 10 Felder. Also ist komisch, die Felder, ihr weiß, was ich meine. Die Terrakotta-Felder brauchen 10 Spielfelder, ja, wenn wir jetzt nicht durcheinander kommen. Das Zypressenfeld produziert, ich weiß nicht, ob es so heißt, 8% Angriff und hat damit eine Produktivität von 0,8 Angriff pro Feld. Kommen wir gleich nochmal dazu. Wobei, da können wir schon mal, dann hier auch mit hier rüber gehen. Vielleicht auch da aber mal schauen. Ich habe hier mal ein paar typische Sachen, die ihr vielleicht in eurem Spiel drin habt, mit aufgelistet. Ja, 0,8 Angriff pro Feld. Hier brauchen wir nicht mit Straße oder ohne Straße rechnen, weil das Gebäude keine Straße braucht. Deshalb rechne ich hier auch keine Straße dazu. Ich weiß, ich sehe, dass immer wieder Spieler, die diese Gebäude mit Straße hinsetzen, also da eine Straße dran beiführen, aber Spieler, die das machen, die haben dann auch nicht kapiert, dass so ein Gebäude eigentlich darüber funktioniert, dass man da keine Straße braucht. Ich zeige euch auch noch gleich, wo ich meins hinstellen werde. Das noch kleine Randnotiz an mich. Dazu lege ich mal das Teil hier so hin, dass es mich anguckt und mich daran erinnert. Ja, 0,8 Angriff pro Feld. Wenn wir jetzt mal schauen, ohne Straße, mit Straße. Ja, bei manchen sind das die gleichen Werte wie beim Piratenwachtposten. Der braucht keine Straße. Der hat eine Felderatio von 1,0 Angriff. Ja, das Gesicht, also dieses, was er aus der Gildenexpedition bekommt, Stufe 2, bringt ja auf vier Feldern drei Angriffswert, hat 0,75, da wäre das Zypressenfeld also besser. Schachmattplatz, der braucht eine Straße, ist 1,22 ohne, 1,05 mit. Ja, also der wäre besser. Der Altar, der, schieß mich tot, Hera, nee, irgendein Altar, der, der die Angriffskraft bietet, oder aber das königliche Marmortor, das ja auch sehr beliebt bei Angriffen ist. Ihr wisst, weil diejenigen, die darauf schielen, wissen, was ich meine, haben ohne Straße eine 1,17er Wert. Bei uns natürlich. Man muss hier dazu sagen, das sind jetzt alles die Werte im Asteroidengürtel. Also wenn ihr in der Gegenwart seid, werden sich, oder sagen wir mal, im späten Mittelalter, werden sich die Werte hier nochmal verschieben. Da ist das natürlich, das fällt besser. Ja, da sage ich gleich noch was dazu. Und der Siegerplatz Stufe 2, 1,44 ohne Straße und mit Straße 1,24. Der ist also auch besser als der Schachmattplatz, wie ihr hier schon erkennen könnt. Und hat also die besseren Werte. Den Siegerplatz habe ich deshalb aufgenommen, weil es den Siegerplatz als Tagespreis, also das Upgrade-Kit geben wird. Und ich würde euch dann doch raten, für diejenigen, die auf Kampfkraft setzen, stellt euch da lieber den Siegerplatz hin. Der bringt dann leider Gottes doch mehr. Weil, was hier natürlich jetzt nicht einberechnet ist, ist für die Kämpfer, dass ihr das Gebäude, das Hauptgebäude mit hinstellen müsst. Und das verschlechtert ja hier nochmal den Wert. Also bloß das jetzt auszurechnen, das liegt dann, also das noch mit reinzurechnen, liegt dann daran, wie viele Felder ihr stehen habt, bla 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 bla. Also ich habe das jetzt mal ohne das Hauptgebäude gerechnet, ja. Wichtig ist, der Siegerplatz ist dann hier der leichte kleine Gewinner. Und wenn ihr auf Kampfkraft gehen wollt, dann stellt euch den Siegerplatz hin. Der ist da definitiv das beste Gebäude. und ich glaube, der ist auch zu fast allen Zeitaltern das beste Gebäude. Ich weiß, wenn ihr im späten Mittelalter seid und ihr sagt, okay, ich brauche jetzt ganz viel Kampfkraft, ganz schnell, dann ist das vielleicht eine Idee. Ich sage euch nur gleich dazu, ihr werdet, das ist dann ein Gebäude, das ihr hinsetzt, das ist ein Brückengebäude, das werdet ihr irgendwann wieder abreißen. Also vielleicht lange Zeit nicht, aber ihr werdet es irgendwann abreißen, weil es irgendwann dann eben bessere Gebäude gibt. Also wenn ihr schnell viel Kampfkraft haben wollt, ist das okay, weil ich meine, ihr müsst nur einen Tagespreis bekommen und ich habe ja gesagt, sieben Stück bekommt ihr bis acht mit normalem Einsatz oder circa 15 so. Das heißt, beim Zypressenfeld, wenn ihr zehn Stück rechnet, theoretisch gesehen habt ihr 80% mehr Angriff. Das heißt, ihr werdet sehr schnell, sehr viel Angriffskraft bekommen, die anderen Sachen, ja, der Siegerplatz ist halt langlebiger. Der wird euch den Rest eures Spiels, wenn ihr den regelmäßig dann hochlevelt, wird der, nachdem, für Late Gamer ist der Siegerplatz halt besser. Also den werdet ihr wahrscheinlich dann nicht so abreißen. Okay. Das vielleicht dazu. Oh Gott. Kommen wir auf die Scrape Vineyard, was auch immer. Das bringt die zehn Güter. Produktion ein Gut pro Feld. Auch da habe ich mal hier unten den Schlittenbauer, das Terrassenfeld Stufe 2, bei zwei Ansammlungen, also zweimal acht Stunden am Tag. Ja. Da produzieren auch die Terrassenfelder Güter, den Winterzug, den Olympischen Tresor und den Altar der Heerer. Die beiden habe ich genommen, weil es die ja jetzt auch im Event gibt. Und ihr seht schon, das Grape Ding hat eins pro Feld. Der Schlittenbauer ist das mit Anstand effektivste Gebäude, um Güter eures Zeitalters zu produzieren. Terrassenfelder ist auch besser. Der Winterzug ist schlechter, aber den Winterzug stellt man sich in der Regel nicht dafür auf. Also da habe ich mal meinen genommen, um mal auch was zu zeigen, wo das Ding besser ist. Aber den stellt man sich in der Regel nicht hin zur Güterproduktion. Keine Ahnung. Okay. Jetzt wären die Ketten, die Anschlüsse vom Zug vielleicht noch interessant gewesen. Na gut. Das könnt ihr euch selbst ausrechnen. Der Olympische Tresor bringt 1,14. Ist also auch besser. Der ist den heutigen Tagespreis. Und es gibt ja diese Altare. Der produziert zwölf Güter auf sechs Felder am Tag. Hat damit einen Mitstraßenanschluss von 1,71. Ist also auch besser, wenn ihr jetzt wirklich auf Güterproduktion steht. Ja, müsst ihr entscheiden, was euch von den Sachen am wichtigsten ist. Mir ist natürlich, ich werde das Lavender-Ding hinstellen. Das hat vier Forge-Punkte und ist meines Erachtens nach das beste Teil. Und da komme ich dann gleich noch mal später darin, warum ich das mir hinstellen werde. Es hat eine Produktivität von 0,4 Forge-Punkte pro Feld. Und da gehen wir noch mal hier hoch. Ihr könnt es also vergleichen mit dem Schrein des Wissens, Stufe 2 mit Straße. Weil das braucht ja keine Straße. Also clever eingesetzt braucht das Ding keine Straße. Ja, ist besser als das Schiff. Ist besser als der Winterdom. Ist besser als das Terrassenfeld, Stufe 2. Also dieses Ding, selbst wenn ihr das Ding neben eine Straße setzt, nehmen wir mal an, warum auch immer, seht ihr beim Terrassenfeld ohne Straße, hat es genau den gleichen Effekt wie das. Drei von diesen Lavendelfeldern, wenn ihr euch drei davon hinstellt, das sind dann sozusagen, die haben die gleiche Größe wie ein Terrassenfeld Stufe 2, produzieren auf der gleichen Fläche die gleichen Forge-Punkte, nur mit dem Unterschied, dass drei dieser Felder, also ihr braucht sozusagen ein Teil mehr, aber der Vorteil ist hier, ihr sammelt das über das Hauptgebäude ein, also die Forge-Punkte kommen zum Hauptgebäude dazu, ja, und ihr braucht dann hier, ihr könnt sozusagen, die können also, da kann zwar das Hauptgebäude geplündert werden, wenn es nicht motiviert ist, daran müsst ihr vielleicht da denken, aber ihr müsst keine Tagesproduktion, denn eure Terrassenfelder könnt ihr nicht vor Plünderungen schützen. Das vielleicht nochmal dazu gesagt und ich erzähle euch gleich noch, warum ich dieses Ding einsetzen werde, das zeige ich euch dann aber in meiner Stadt. Ihr seht zumindest, es schlägt alle, es schlägt von den Forge-Punkten her alle diese normalen Dinge, die man so in seiner Stadt rumstehen hat. Nochmal, kleine Anmerkung, die verlassene Anstalt stellt man sich in der Regel nicht für die Forge-Punkte hin. Die ist aber, die habe ich nur mal einfach mit reingenommen, um hier auch nochmal zu verdeutlichen, warum die zu meinen Lieblingsgebäuden gehört, sozusagen. Und es ist übrigens witzig, dass sie den gleichen Forge-Punkte halt wie der Schreineswissen Stufe 2, weil sie halt größer ist und weniger Straße braucht. Hier zeigt sich mal, warum mit Straße oder ohne Straße dann halt einen kleinen Unterschied macht. Und das Letzte, was ist die Verteidigungskraft 0,8, Verteidigung für die angreifende Armee. Ja, hier, wie nochmal gesagt, sie brauchen keine Straße, aber Anschlüsse hat 0,8 pro Feld. Und da habe ich jetzt mal die Schildwacht Stufe 1, Stufe 2, den Olympischen Tresor und das Haus des Wolfes genommen. Haus des Wolfes gab es im Halloween-Event letzten Jahres, kommt dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder. Und ihr seht, der Olympische Tresor hat eine bessere Verteidigungskraft pro Feld. Die Schildwacht Stufe 1 hat eine bessere Verteidigungskraft pro Feld. Und die 2 natürlich. Die beiden sind mehr oder weniger die ungeschlagenen Meister. Haus des Wolfes auch nicht schlecht. Haus des Wolfes bringt ja sogar noch Angriffskraft dazu. Also das ist eigentlich nochmal ein bisschen besser. Aber ich habe jetzt hier nur die Verteidigungskraft. Für die Leute, die auf Verteidigung gehen, den würde ich immer zur Schildwacht raten. Weil ihr braucht zwar mehr Schildwachten, also ja, gegenüber diesem Gebäude, aber die Schildwachten werdet ihr zumindest nach jetzigem Stand euer Spielerleben erst einmal nicht abreißen. Und wenn, dann erst sehr spät. Weil die Schildwachten bisher unschlagbar viel Verteidigung bringen. Also die könnt, da könnt ihr euch auch fünf, zehn Stufe eins holen, die euch hinstellen. Ich würde euch da lieber raten, holt euch, was weiß ich, sieben oder acht Stufe eins und dann noch die entsprechenden Ausbau-Kids. Was man aber eben sagen kann bei den Schildwachten ist, ähm, oder ihr holt euch fünfzehnmal Stufe eins, habt zwar insgesamt, ja, äh, rechnen wir mal, ne, das sind hier fünfzehnmal acht, das sind dann hundertzwanzig, äh, Verteidigung, die ihr dazu bekommt. Hier ist halt fünfzehnmal zwei, sind halt nur dreißig, das klingt, sieht erstmal ein bisschen lächerlicher aus, ja, aber ihr braucht dafür, für diese dreißig, auch nur dreißig Felder. Also hierfür braucht ihr hundertfünfzig Felder, ja, also ihr braucht entsprechend viel mehr Felder als die Schildwachtstufe eins, ja, dreißig gegen hundertfünfzig in eurer Stadt und das wird dann leider Gottes ein Problem. Weshalb ich den Anschluss mit den besten Produktionen empfinde ich eben den mit den Fortschpunkten, weil der mit herkömmlichen Gebäuden, die ihr in eurer Stadt schon stehen habt, durchaus konkurrenzfähig ist. Also für die Leute, die auf Fortschpunkte stehen, finde ich, ist dieses Teil definitiv sein Zuschlag wert, auch wenn es ein bisschen mit seinen vier Fortschpunkten ein bisschen mau daherkommt. Ich habe hier nochmal gerechnet, wenn ihr die Grape, also wenn ihr das mit den Gütern oder das Lavendel, Ding nehmt, also das mit den Fortschpunkten und ihr würdet jetzt sagen, ich habe eine blaue Galaxie auf Stufe, ähm, was war's, 58 oder so, jedenfalls, so dass sie die, dieses Kernlevel, kann ich euch gleich nochmal zeigen, so dass sie die 67% Verdopplungschance gewährt und ihr rechnet jetzt die Verdopplungschance nicht auf die blaue Galaxie, sondern auf das Gebäude, das ihr einsammelt, ja, dann würde die Lavendelfarm sozusagen eine Produktivität von 6,68 Fortschpunkte bekommen oder 0,67 pro Feld und damit würde es natürlich alles hier in den Schatten stellen und hier die Produktion der Güter, 1,67 reicht leider Gottes immer noch nicht an den Altar der Heere ran und leider Gottes auch noch nicht an den Schlittenbauer, also, da würde ich mir lieber Schlittenbauer oder Altar der Heere hinstellen, wenn ich Güter bräuchte, na, seht ihr, die beiden sind ein bisschen besser als das Teil selbst mit Straßenanschluss, aber für die Fortschpunkte ist es natürlich nicht schlecht und dazu komme ich jetzt, boah, ich mache echt die Stunde voll, obwohl ich schon so schnell rede, Entschuldigung, aber ich hoffe, es ist für euch auch noch interessant und wir haben noch gar nicht gespielt, aber ist ja auch nicht so schlimm, also, dieses hier, dieses Lavendel-Ding finde ich halt wirklich mit das Beste und ich versuche euch jetzt nochmal zu zeigen, wir gucken uns jetzt also hier die blaue Galaxie an, ich habe sie ja, ja, die hat sozusagen auf Stufe 68 65% Angriffskraft, da habe ich jetzt mich ein bisschen, da ist genau falsch rum, 65% Angriffskraft, sind aber ungefähr zwei Drittel, die ihr dazu rechnen könnt und jetzt gehe ich mal ins Baumenü rein und ich zeige euch jetzt im Bearbeitungsmodus, ich hatte wieder mal ein bisschen zu viel Zeit, wie, dass ich mir diese, dieses Terracotta-Vignette plus seine Anschlüsse werde ich mir hier unten in die Ecke hinstellen, also hier wird das ganze Teil, das wird sozusagen möglicherweise dieser Ausbau werden, hier unten in diese Ecke rein bekomme ich das Hauptgebäude plus eine Straßenecke, aber die ist jetzt nicht so wesentlich und also den Winterdom müsst ihr euch jetzt hier wegdenken und die beiden im Grunde auch, das steht jetzt erstmal nur da für mich nochmal hier kurz zur Halterung, also ich werde 14 finstere Torbögen und das hier sind noch 10 Straßeneinsacken, also ich werde die 10 Straßeneinsacken plus die finsteren Torbögen, die werden dann hier auch noch nach und nach gehen, aber das ist nochmal eine andere Frage, aber wenn ich mir dieses Teil hier unten hier hinstelle, bekomme ich das Hauptgebäude und noch 17 Lavendelfelder hin, also wenn ich es schaffe 17 Lavendelfelder einzusammeln, kann ich dieses Ding hier unten einmal komplett hinstellen, drücke mit allem anderen Kram nach oben und ihr seht es, ich verbrauche dann hier keine Straße, wenn ich 17 Lavendelfelder hinstelle, ja, dann sind das 17 mal 4, 7 mal 4 sind 28, 10 mal 4 sind 40, sind wir bei 68 Fortspunten plus noch die 8 aus dem Hauptgebäude sind wir bei 76 Fortspunkte, die dieses eine Gebäude bringen könnte, wenn man es sich hier unten so hinstellt und hier leider Gottes zeigt sich auch eins, jetzt rechnen wir das, diese 76 Fortspunkte mal die 65 Prozent Verdopplungschance, das heißt, die blaue Galaxie wird mit dieser einen Einsammlung im Schnitt täglich 50 Fortspunkte produzieren. Also das Gebäude wird das für die blaue Galaxie gesehen, das mit Abstand beste Gebäude werden. Also ihr werdet hier also sehen, für Leute, die auf die blaue Galaxie spielen, ist das das absolute Premium Gebäude, das es momentan gibt. Es ist besser als der Winterzug, es ist nicht von der Dings her ist es nicht besser als das Hippodrom, aber es ist definitiv besser als der Winterzug und es ist aber insgesamt ein richtig krasses Gebäude und wenn ihr jetzt sagt die haben ja die gleichen Werte, dann sammle ich mit meiner blauen Galaxie Terrassenfelder Stufe 2 ein, dann kann ich euch sagen, ja, könnt ihr machen, aber jetzt rechnet mal so, für jedes Terrassenfeld Stufe 2, das aussortieren könnte, theoretisch, mach ich ja noch nicht mal, könnte ich ja wiederum noch was anderes einsammeln, also irgendein Gebäude wie jetzt hier, also irgendein Gebäude, das vielleicht noch, wie die Mikaverbrücke, die ja zehn Fortsprungte bringt, das heißt, die kommen ja dann noch oben drauf, das heißt, ihr habt dann wieder andere Slots zur Verfügung, also es würde sich sogar lohnen, alle Terrassenfelder Stufe 2 abzureißen und sich dieses Ding hinzustellen und darüber noch zusätzlich andere Einsammlungen zu machen. Hat zwar bei den Terrassenfeldern Stufe 2 dann keinen Plus-Minus-Effekt für euch, ich will nur sagen, es ist dahingehend ein extrem gutes Gebäude für blaue Galaxiespieler oder insgesamt für Forge-Punkte-Spieler und solltet ihr in einem niedrigen Zeitalter sein, würde ich euch auch immer raten, setzt hier bei den Forge-Punkten an, bei diesem Gebäude, ihr kriegt einen massiven Forge-Punkte-Boost und der ist meines Erachtens nach, zumindest in den anfänglichen Zeiten höher zu bemessen als die Kampfkraft, aber das ist eine persönliche strategische Entscheidung, wie ihr das für richtig haltet, diese Fight möchte ich jetzt nicht mit euch sozusagen ausfechten, das müsst ihr dann entscheiden. Was ich jetzt noch mit euch ausfechten will, ist hier einmal zu spielen und damit wir jetzt nicht nach 800 sagen, oh, vielen Dank, werde ich mal noch 1200 kaufen, da haben wir 2000 Bälle und wir schauen mal, ob wir die Umrundung schaffen und ich bin mal so frech, ich nehme mal diesen Trainer, ich weiß, ihr werdet jetzt sagen, du bist so ein Diamanten, du setzt jetzt 150 Diamanten ein, das mache ich jetzt für euch, für mich selbst würde ich das nicht machen, weil ich brauche den Tagespreis nicht, ich weiß, das sind jetzt Luxus Probleme, aber ich möchte jetzt hier für euch eben zeigen, wie das Ganze ist, ihr seht hier, sieht man schön den Boost-Effekt, das heißt, sie bekommen plus 1 und wir öffnen mal, wie gesagt, den Kleinsten, Scott Medaillen Davis und schauen mal, was er bringt, ich habe natürlich Medaillen erhalten, vielen Dank und hier, wie gesagt, ich nehme immer den Kleinsten, er hat jetzt eine 10% die Chance, das Ganze einzunehmen, rückt wieder auf 5 Felder vor, 10 verarbeitete Materialien, das sind Güte des aktuellen Zeitalters, 48, kaufen, yeah, 12.000 Medaillen, hier müssen wir jetzt mal den da nehmen, das ist sozusagen Samuel Fragmente Camper, man kann das Ganze vielleicht noch ein bisschen theoretisch, statistisch optimieren, Wunschbrunn Fragment, vielen Dank, dann diesen hier, der war früher immer der tollste, Olympische Tresor Auswahlkipp, da haben wir einen Hauptpreis bekommen und kaufen, hier haben wir jetzt diese Gewinnverdopplung, das ist das, was ich gesagt habe, mit den drei Prozent, sie kommt meist dann, wenn man Vorräte oder irgendwas bekommt, was übrigens auch ist, wenn wir jetzt hier spielen und ich bekomme hier Einheiten, was ja passieren kann, wenn man hier Einheiten bekommt, dann zählen die sozusagen, also die Sachen, die ihr hier einsammelt, zählen auch für die Quest mit, also hier die zwei Boar Ranger, die ich jetzt bekommen habe, das sind hier zwei Einheiten, zählen hier für die Einheiten deines Zeitalters mit dazu, also mit etwas Glück können wir hier noch ein bisschen mehr das Ganze verdaddeln, kaufen, so spiele ich das Ganze jetzt halt immer durch und versuche so viel wie möglich Tagespreise zu bekommen und ich wollte jetzt hier eine Runde mit euch zusammen spielen, ich finde die Animation auch ganz schön, Medaillen so und ein bisschen falten können wir ja noch zehn Güter, auch nicht schlecht kaufen, ihr seht das geht ist ein klassisches Fußball Event, zwei Boar Ranger, genau und jetzt zeige ich euch das, zack, haben wir nämlich auch diesen Aufwand erfüllt und jetzt gucken wir mal hier drei Ereignisse sammeln oder zwei Gegenstände tauschen, ich schätze mal meine Gegenstände sind die schon fertig? Ach gut okay dann haben wir jetzt hier sogar die Gegenstände getauscht sieben können wir hier nochmal weil 68 Fortschpunkte ausgeben das können wir doch schnell erledigen machen wir hier mal unsere 75 die wir sowieso schon haben und 2,2 Millionen Münzen mal schauen vielleicht bekommen wir hier ja noch welche okay so so seht ihr kann man auch die Quests beim Spielen nebenher yeah noch ein zweiter olympischer Tresor das ist ja nett und so und das ist im Grunde genommen ähnlich wie beim Fußball-Event oh noch ein dritter hey Leute hier guckt ich kann das und hier ist es jetzt mal so ja ihr könnt jetzt hier entscheiden also weiter standardmäßig auf ihr könnt jetzt den gehen wenn ihr hier sozusagen das ganze berührt locht ihr sozusagen ein ja oder ihr nehmt halt den da so mache ich das jetzt mal und seid jetzt sozusagen kurz zu Ende vielen Dank für das Wunschbunding und ihr müsst jetzt keine Angst haben ja ich nehme jetzt wieder den kleinen und die die eigentlich müsste es jetzt sein wie bei den anderen dass der übertrag ja sie freuen sich und ich habe das terracotta weingut kit bekommen das erste ja sie freuen sich juhu und hier seht ihr geht es dann munter weiter munter weiter okay ich denke ihr habt darüber einen guten Eindruck bekommen so spannend ist es nicht dass ich hier sozusagen durchzuklicken jetzt können wir mal in der liga gucken oh ich bin schon in der gold liga aber keine angst ich habe wieder keine hoffnung hier die gold liga zu schaffen also zumindest nicht mit dem bisschen das ich jetzt hier gemacht habe ja und ich habe was drei olympische tresor dinge bekommen das war ein bisschen sehr viel für die paar klicks die ich hier hatte aber ich denke so ein bisschen also so ja das ist dann damit ich dann nachher wenn ich bei den weinen dingern spiele ich dann wieder ganz wenig bekomme und ich dann nicht sagen kann ich habe keine hauptpreise bekommen so sieht es nämlich aus nee nicht ich trage gerade meine glücks unter wäsche nein okay gut die stunden haben wir voll gemacht mit dem spiel mit diesem event ich denke ihr habt jetzt wisst jetzt alles was es zum event zu wissen gibt vielleicht vielleicht auch nicht habt so ein bisschen auch ein paar sachen mitgenommen oder auch nicht die links werde ich euch natürlich zu den einzelnen entsprechenden sachen hier mit in die dings unten rein legen und ich hoffe es war nicht zu viel ich hoffe es war eher so ein bisschen ja vielen dank und wenn euch das video gefallen hat würde es mich natürlich freuen wenn ihr mir ein like da lasst und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt dann würde mich das natürlich auch freuen dann sehen wir uns beim nächsten mal in einem anderen video wahrscheinlich in vlog 80 mal schauen und ich erhole mich jetzt erst mal von im ganzen Quassel und wir sehen uns oder hören uns oder was auch immer ich freue mich schon soll ich noch ein bisschen ich will mir die lieber eigentlich für dieses Vignette aufsparen meine Bälle also hätte ich jetzt nicht mal ausgeben müssen also und ihr seht 1800 kann man ja nochmal sagen wir sind eigentlich hier relativ zügig durchgekommen also hatte ich nicht 2000 ach nee ich hatte 2000 und hab ja jetzt nochmal 200 gekriegt also um die 700 was war's 70 hab ich jetzt schätze ich mal auch ausgegeben an Wellen ja das würde Sinn ergeben das sind 1200 mit den beiden Quests die ich noch erfüllt habe ungefähr kann man das auch damit rechnen ihr seht es nochmal das sind da alles bei diesen berechnungen sind das alles ungefähr Rechnungen kann man nicht eins zu eins da ist hier der Zufallsfaktor zu groß okay das soll es jetzt aber gewesen sein wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin sagt euer christian